Herzlich willkommen zu unserem Video zu inklusiver Bildung aus dem Paket 2. Heute geht es um inklusive Bildung, aber was bedeutet das eigentlich? Inklusive Bildung heißt Teilhabe an wirksamer Bildung für alle und das ist leichter gesagt als getan. Wir haben bereits einen langen Weg hinter uns, das deutsche Bildungssystem, aber auch international, aber wir sind auch noch mitten im Prozess und es ist noch viel zu tun. Ziel von Inklusion ist Diskriminierungsfreiheit und Barrierefreiheit, Demokratie für alle. Und auch in Schule und darauf wenden wir bei uns den Fokus heute, ist das natürlich ein besonders wichtiger Punkt und setzt man sich damit auseinander, so wird schnell deutlich, das ist keine Aufgabe für eine Person oder für einen kleinen Personenkreis, sondern da sind wir alle gefragt. Jeder ist verantwortlich dafür, Inklusion und inklusive Bildung umzusetzen. Es ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, sich darum zu bemühen und Inklusion zu gestalten und zu leben. Eine einflussreiche Station neben vielen weiteren ist die Konvention der Vereinten Nationen zu den Rechten von Menschen mit Behinderung, die 2009 in Deutschland ratifiziert wurde und den Blick nicht nur, aber auch eben auf Bildung für alle legt und damit das Recht auf inklusive Bildung, das Recht auf wirksame Bildung menschenrechtlich verankert. Und das birgt natürlich viele Chancen, aber auch Herausforderungen für alle Beteiligten im Bildungssystem, für Schule und Unterricht. Und es ist ganz deutlich, dass einige Kinder und Jugendliche eben mehr Unterstützung brauchen, um partizipieren zu können an Schule und Unterricht. Also innerhalb des Bildungssystems muss hier mehr Unterstützung zur Verfügung stehen. Und zu dieser Gruppe der Schülerinnen und Schüler, die mehr Unterstützung benötigen, gehören eben auch viele Kinder und Jugendliche mit sonderpädagogischen Unterstützungsbedarfen. Um hier gelingenden Unterricht zu ermöglichen, muss verstärkt der Blick darauf gelenkt werden, wie guter inklusiver Unterricht gestaltet werden kann, wie es gelingen kann. Lehrkräfte, Teams, Kollegien, Schulen, alle müssen Rahmenbedingungen für das Lernen, für die Entwicklung so gestalten können, dass alle Schülerinnen und Schüler profitieren. Und eine der eben angesprochenen Gruppen sind Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf, Kinder und Jugendlichen mit unterschiedlichen sonderpädagogischen Unterstützungsbedarfen. Und dazu gehören eben die Unterstützungsbedarfe Lernen, sozial-emotionale Entwicklung, körperlich-motorische Entwicklung, geistige Entwicklung, Hören, Sehen und Sprache. Und je nach Bundesland, je nach Ausrichtung wird Autismus dazu genannt. Es gibt den Unterricht für Kranke, der Kinder und Jugendliche betrifft, die sich in Kliniken, in Psychiatrien, in Rehabilitationseinrichtungen aufhalten. Und teilweise wird auch ein Sammelbegriff aus Lernen, Sprache und emotional-sozialer Entwicklung eingesetzt. Und spätestens bei dieser Aufzählung wird deutlich, dass sehr viele Schülerinnen und Schüler davon betroffen sind und dass diese Gruppe auch sehr unterschiedlich ist. Innerhalb der unterschiedlichen Unterstützungsbedarfe herrscht bereits eine große Heterogenität. Stellt man sich im Förderschwerpunkt oder mit dem Unterstützungsbedarf emotional-soziale Entwicklung vor, so wird deutlich, dass sowohl internalisierende Probleme vorhanden sein können, also Depressionen, Angststörungen, aber innerhalb des gleichen sonderpädagogischen Unterstützungsbedarfs eben auch starke Verhaltensauffälligkeiten, die nach außen getragen externalisierend sein können, wie aggressives Verhalten. Und dann muss man den Unterschied zwischen den unterschiedlichen Unterstützungsbedarfen betrachten. Es ist ein ganz großer Unterschied, ob ein Kind im Rollstuhl Unterstützung benötigt oder ob es mit Hören oder Sehen Schwierigkeiten hat. Ja, es macht also durchaus Sinn, ich hoffe, das ist deutlich, sich damit auseinanderzusetzen und einen Überblick darüber zu haben, wen habe ich hier vor mir sitzen in meiner Klasse, was brauchen die Schülerinnen und Schüler, was wird benötigt. Und dazu finden Sie exemplarisch im Förderschwerpunkt Lernen und im Förderschwerpunkt emotional-soziale Entwicklung in unserem dritten Paket Hinweise. Hier sprechen wir jetzt ja auch nur über die Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischem Unterstützungsbedarf. Wenn wir die Gruppe weiter betrachten, dann sind natürlich ganz viele andere Aspekte auch sehr wichtig. Da geht es dann um verschiedene Kompetenzen, verschiedene Begabungen, Erfahrungen, Hintergründe. All das spielt natürlich eine Rolle. Also Stichwort ist hier Bildungsgerechtigkeit. Ja, gucken wir uns neben dem Bildungssystem eine einzelne individuelle Schule an, so ist die Verantwortlichkeit natürlich groß, diese Schule für alle Schülerinnen und Schüler zu gestalten. Und diese Schule kann sich entwickeln und ganz gezielt gemeinsam als Kollegium mit Schülerinnen und Schülern voranschreiten in der Ausgestaltung einer inklusiven Schule. Und dazu gibt es verschiedene unterstützende Instrumente. Zum Beispiel der Index für Inklusion oder die Quiz. Der Index für Inklusion ist ein umfassendes Repertoire an Fragen, die drei Ebenen fokussieren, nämlich Strukturen, Praktiken und Kulturen. Der Index für Inklusion ist ein Leitfaden für die gemeinsame Schulentwicklung auf Basis inklusiver Werte. Und er verfolgt damit drei Ziele. Die Selbstevaluation und systematische Schulentwicklung, wo also eine Schule sich auf den Weg macht, gemeinsam zu gestalten. Dabei, das zweite Ziel, soll eine Beteiligung aller betroffenen Akteurinnen, Akteuren und Gruppen stattfinden. Und das dritte Ziel, die Eröffnung und Etablierung eines dauerhaften Dialogs. Also es geht hier darum, in einem Dialog gemeinsam zu gestalten, sich gemeinsam zu verorten. Es werden hier also keine Lösungen vorgegeben, sondern zum gemeinsamen Erarbeiten anhand von Fragen eingeladen. Das zweite Instrument ist die Qualitätsskala zur inklusiven Schulentwicklung, die Quiz. Ziel der Qualitätsskala ist eine Einschätzung der pädagogischen Qualität von inklusiven Schulen. Und Ziel ist auch hier eine Weiterentwicklung. Also Schulen sollen fundiert sich weiterentwickeln können. Und wichtig sind hier die unterschiedlichen Ebenen, die in den Blick genommen werden. In der Mitte befindet sich natürlich das Kind, der Jugendliche, die Gruppe der Kinder und Jugendlichen. Dann ist aber natürlich auch der inklusionsorientierte Unterricht die nächste Ebene. Multiprofessionelle Teams werden dahingehend installiert, dass sie unterstützen können, dass sie gemeinsam weiterentwickeln, dass sie gemeinsam auch für den inklusionsorientierten Unterricht gestalten. Und sie müssen gezielt auf Bedarfe reagieren können. Und dann kann ein inklusives Schulkonzept und Schulleben entwickelt werden und zudem auf Unterstützungssysteme von extern zurückgegriffen werden. Also hier greifen Ebenen ineinander, die sich gegenseitig beeinflussen und alle bedeutsam sind. Der Index für Inklusion und die Quiz sind also Instrumente der inklusiven Schulentwicklung. Wenn wir einen Schritt weiter gehen, dann gibt es ein Rahmenkonzept, in dem Handlungsstrategien konkret verankert und organisiert werden können. Und das ist das Modell des Response to Intervention, RTI-Modell. Es ist eine wirksame Unterstützung, vor allem in den Bereichen Lernen und Verhalten. Und dieses Modell existiert meist aus drei Stufen. Auf der ersten Stufe findet regulärer, guter Unterricht statt. Für alle. Dabei wird systematisches Monitoring eingesetzt. Es finden Überprüfungen der Lern- und Entwicklungsverläufe statt. Und diejenigen Schülerinnen und Schüler, die mehr Unterstützung brauchen als diese erste Ebene, die erhalten auf Stufe 2 eine spezifischere und intensivere Förderung unter Einbindung eines multiprofessionellen Teams. Darüber hinaus besteht dann für ganz wenige Kinder und Jugendliche, die es dann noch benötigen, aber es besteht eine dritte Stufe. Und hier befindet man sich in Form von Einzelfallhilfen, von intensiven Einzelfallhilfen mit diagnostischer Begleitung in kürzeren Abständen. Also von Stufe zu Stufe wird die Gruppe, in der gefördert wird, kleiner und die Intensität wesentlich größer. Wichtig an diesem Modell ist der präventive Charakter. Man wartet hier nicht, bis irgendetwas passiert ist und eine Entwicklung langsam und lange ihren Verlauf genommen hat, sondern man ist hier so nah an den Schülerinnen und Schülern und an jedem Einzelnen, dass man sofort und schnellstmöglich gut reagieren kann. Also Schule muss sich sehr gut darauf vorbereiten. Es ist präventiv ausgerichtet und hier macht Schule sich gemeinsam auf den Weg und ordnet die Ressourcen den Stufen zu, damit gemeinsame Handlungsstrategien abgesprochen und für verschiedene Intensitäten der Bedarfe transparent zugänglich gemacht werden und umsetzbar sind. Hier ist diese Absprache, diese Weiterentwicklung des Kollegiums gemeinsam ganz wichtig, damit eben Response to Intervention in diesem Modell als Rahmenkonzept, als hilfreiches Rahmenkonzept umgesetzt werden kann. Auch hier macht sich also eine Schule gemeinsam auf den Weg, ähnlich wie bei den inklusiven Schulentwicklungsinstrumenten, Quiz oder Index für Inklusion. Und die Prävention steht hier in diesem Modell besonders dadurch im Vordergrund, dass eben eine kontinuierliche Beobachtung des Lern- und Entwicklungsprozesses stattfindet, dadurch die frühe Identifizierung von Schwierigkeiten oder Stolpersteinen möglich wird und anschließend dann niedrigschwellig und gezielt Unterstützung der Entwicklungsbereiche umgesetzt werden kann. Das Fazit. Inklusive Bildung ist ein andauernder Prozess. Ich habe Ihnen die Schulentwicklungsmöglichkeiten einmal ganz kurz dargelegt. Das macht, glaube ich, sehr deutlich, wie intensiv dieser Prozess für eine Schule sein kann. Und dieser Prozess setzt nach wie vor auch auf deutliche Änderungen in unserem Bildungssystem. Dazu ist natürlich auch weitere Forschung notwendig. Unterschiedliche Bereiche, Strategien und Maßnahmen müssen tiefergehend erforscht werden. Und dann ist natürlich auch ganz wichtig, dass die Implementation in unserem System wissenschaftlich begleitet wird, sodass sie gut und langfristig nachhaltig stattfinden kann. Eine notwendige systematische Umsetzung von inklusiver Bildung ist für Lehrkräfte nach wie vor eine große Herausforderung. Es ist ein komplexes Handlungsfeld. Man braucht viel Wissen, viel Know-how, viele Handlungsstrategien und eine Einstellung, die die Arbeit erfolgreich umsetzen lässt. Man muss sich aktiv und gemeinsam diesen Prozess stellen. Und die Bedürfnisse der Lernenden stehen dabei unbedingt im Zentrum des inklusiven pädagogischen Handelns. Soviel heute zum Thema inklusive Bildung. Und wenn Sie das interessant fanden, gucken Sie sich gerne unseren Wissenstext an und auch die weiteren Pakete, die wir in unserem Projekt erstellt haben. Vielen Dank! Vielen Dank!